Als bundesweit tätiges Personaldienstleistungsunternehmen ist es unsere Mission, Menschen und Unternehmen zusammenzubringen. Dafür suchen wir starke Führungspersönlichkeiten, die als Niederlassungsleitung eines unserer internen Teams verantworten. Man sollte Erfahrung haben im Bereich Personal. Auch ich führe Bewerbungsgespräche, habe einen Tag zu den Kunden vor Ort. Also meine täglichen Aufgaben sind total unterschiedlich. Hier sind mit Sicherheit manchmal die Feuerwehr. Heißt, wenn Kunde ganz dringend jemanden brauchen, gucken, dass wir da Ersatz liefern können. Es ist wichtig, über die Branche Bescheid zu wissen, weil wir verstehen müssen, was möchte unser Kunde. Ein ganz großer Part unseres Jobs, dass man sich die Arbeitsplätze anschaut, den Kunden besuchen geht. Die Atmosphäre in der Niederlassung ist perfekt. Da ist jeder für jeden da. Über den Firmenwagen hinaus bietet die Firma Orison noch weitere Benefits, wie zum Beispiel auch Bike Leasing. Die Arbeit macht großen Spaß. Sie haben Lust, Verantwortung zu übernehmen und Teil eines großartigen Teams zu werden? Dann bewerben Sie sich jetzt für eine Führungsposition bei Orison. Wir freuen uns auf Sie und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft gestalten zu können.